Grüß Gott, ich bin Sebastian Büber von REMAX Lebenstraum Immobilien. Eine bezugsfertige Wohnung für deutlich weniger als 3000 Euro pro Quadratmeter in München? Ja, das gibt es noch. Diese 72 Quadratmeter große Zwei-Zimmer-Wohnung verteilt sich auf zwei Ebenen und steht aktuell zum Verkauf. Kommen Sie mit auf einen kleinen Rundgang. Bis zum nächsten Mal. Dann Konnte ich mit diesen Bildern die Interesse wecken? Gerne stehe ich Ihnen für Ihre Fragen und für einen Besichtigungstermin zur Verfügung. Auch wenn Sie darüber nachdenken, Ihre Immobilie zu verkaufen oder zu vermieten, freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Bis dahin alles Gute, Ihr Sebastian Hübert Untertitelung des ZDF für funk, 2017